Heute in diesem Video soll es mal um ein paar Infos und Shop-Leaks gehen und um ein paar Gratis Items, die ihr euch bald wieder freischalten könnt. Wenn ihr neu seid, lasst gerne mal ein Abo da, aktiviert auch gerne danach die geile Glocke, um in Zukunft nie wieder was zu verpassen. Und wenn ihr diese Info geholfen habt oder dir das Video gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Und zwar fangen wir direkt auch an, folgt mir sehr gerne auf Instagram, Link ist in der Videobeschreibung, Name steht dort. Und zwar sollen wir am 18. Mai bis zum 8. Juni die Spider-Man Items wieder zurückbekommen, sowie, ich kann euch hier mal ein Video zeigen von Wannabe, die Spider-Man Handschuhe funktionieren wie das 3D Manövergerät. Was ihr dann auch bekommen ist, sind dann Gratis Items, von wegen ein Spray, Lackierung, Emoji oder ein Tanz, was ich nicht denke, was wir bekommen ist ein Skin. Was dann auch in den Shop kommen soll, ist der neue Spider-Man Miles Morals Skin und zwei Ehen hier. Das ist Spider-Man Miles Morals, genau. Und was dann auch ist, Spider-Green wird dann auf der Map als NPC in der Zeit verfügbar sein. Und dann bekommen wir ein paar neue Outfits, ein paar neue Scans, auch wenn hier steht, wenn hier steht 4. Juni. Für uns ist es immer einen Tag später, also ist es für uns am 5. Juni in der selben Woche, glaube ich, wie die neue Season 3 beginnt. Das sind genau die hier. Das sollen die neuen Skins werden, die wir dann in den Shop bekommen am 5. Juni. Was dann auch schon bekannt ist, wann Chapter 5 kommen soll mit Season 1. Und zwar Ende Chapter 4 am 30. November 2023 und damit ist die Season 6, die wir dann spielen können in Chapter 4. Was ich vermute, ist, dass wir jedes Jahr und dem selben Zeitpunkt circa eine neue Card bekommen und eine neue Chapter. Das war letztes Jahr schon so, 2022, gab es auch um den Zeitpunkt Dezember eine neue Karte mit einem neuen Chapter. Also denke ich mal, dass es auch so sein wird. Was wir dann auch noch hier sehen können, ist Fortnite X Dragon Ball, einen neuen Skin und so ein Goku in Black. Das kann sein, dass, wenn ihr euch das Video anschaut, dass der Skins schon in dem Shop ist oder dass der Elf an denner von Sonntag auf Montag in den Shop kommt. Ich weiß es nicht, weil ich nehme das Video einen Tag vorher auf. Was wir dann auch noch haben, wie gesagt, das habe ich euch gesagt, das habe ich euch gesagt. Ähm, was wir dann auch noch zu, was das hier sein soll und zwar ein neues, ja, ein neues Abzeichen und zwar ein Ranking, vielleicht für Arena. Hier sieht es aus in dem Video, vielleicht für Arena oder für was anderes, ich weiß es nicht und das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Sorry für den Huster, ähm, ich bin auch nur ein Mensch, der husten muss. Ja, das hängt dann hier von vorne an und hier mal das Bild, so sehen die verschiedenen Abzeichen aus. Was ich genau machen könnte, wir sind am Ende vom Video angelangt, ist gerne diesen QLED-Accord einzugeben. Ihr wisst, das ist nicht mein QLED-Accord, sondern der von Okko TV und ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Haut rein, wir hören uns sicherlich irgendwann in naher Zukunft wieder.